Die Disney-Prinzessin Magische Märchenkleider-Prinzessinnen von Hasbro Mit einem Schnippen deines Zauberpinsels kannst du magische Momente aus den Filmen deiner Lieblingsprinzessinnen enthüllen. Öffne zuerst den Verschluss und füll Wasser in den Zauberpinsel. Führe als nächstes den Schaumstoffpunkt des Zauberpinsels über die Röcke von Cinderella, Merida oder Rapunzel. Und schon erscheint vor deinen Augen die wunderbare Geschichte aus dem Film der Prinzessin. Wenn das magische Kleid getrocknet ist, kannst du die Szenen mit deinem Zauberpinsel so oft du willst sichtbar machen. Die Disney-Prinzessinnen im magischen Märchenkleid sind ab drei Jahren geeignet. Jede Prinzessin hat einen Wasserzauberpinsel und ist einzeln erhältlich. Die Disney-Prinzessin Magische Märchenkleider-Prinzessinnen von Hasbro